geil die strohbahn ging kaputt ja und ich fahr da immer drumherum da gerade durch den hole ich mir ja was hast du ihn bekommen das war nicht so wie ich mir gedacht hatte du solltest nicht bei mir spawnen ich lebe noch sehr gut hol den sanitäter mann ätzend so bei dir clean so einigermaßen das hättest du jetzt mal sehen soll ich hab dir den tank ja ich bin du bist ja auf den tank zu gefahren und dann bin ich da ausgeschieden vom tank stand neben dem tank und dann ist einer rausgegangen zum reparen und dann bin ich einfach beim tank stehen geblieben hab den gekillt und dann den tank repair toolt du kannst ja auch den tank zerstören mit dem repair tool ach so ja klar und ja dann habe ich den tank jetzt was schönes cool ja bis ich dann mit c4 in die luft gejagt wurde aber ich sehe gerade die runde ist jetzt ende in wenigen sekunden mein gott was mache ich hier das game nennt sich anders das heißt irgendwie auf offroad ich drück mich mal hier rein ich hab den mal dahingestellt so als schutz könnte glaube ich klappen wenn der tank nicht gleich kommt und uns alle nasch dir aber wir haben die flagge jawoll sauer ende aber trotzdem gewonnen ja gewonnen sehr gut im grunde eine flagge du fast und ich bei dir scheint ja im grunde neben der und neben unserer fahne der wichser der kleine bewegungslegastheniker genau ja nicht schlecht von ab des banner gab das jetzt glaube ich was gab es ähm aufträge von ab des banner heißt es bei mir aha klingt ja total die super übersetzung hier ja wie hieß die map vorhin operation flussufer ne das war ganz am anfang ne ja ja genau meinte ich ja und die heißt ja im englischen heißt die operation riverside ah ja hört sich da besser an oder ja schon irgendwie ne ich finde das auch allgemein irgendwie ein bisschen ja schöner so wenn da jetzt steht irgendwie äh kill durch niederhaltung finde ich jetzt nicht so ne stimmt sehr sexy ja das war früher wie bei world of warcraft wo die auf einmal angefangen haben alles einzudeutschen weil dann hieß stormwind hieß dann sturmwind oder ironforge hieß dann wirklich eisenschmiede so anstatt ei 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 wo ist denn der petter da ist er dann habe ich die leute mal verarscht die einen englischen namen hatten den habe ich dann auch gesagt dann wird ja eingedeutscht hat wisst ihr ne oh nein ich will da mitfahren du ochse jo alle drin auf geht's auf in den tod ja voll geil wir spielen rush und die sind schon an unserer base also praktisch oder nicht ich glaube das sieht nicht so gut aus ich halt einfach mal drauf bringt voll mit meinem ich bin draußen bin wir drin ich würde rausgehen ich würde rausgehen ja ich bin rausgegangen der panzer ist in die richtung gefahren wo ich sowieso hinlaufen wollte wow ja ja der lav ist quasi direkt bei uns ja der knutscht die wand ab oh sehr gut mein gott was für name mukubu ja wie ich jetzt in das lav gestiegen bin und dann hat das ding jemand kaputt gemacht von unserem eigenen team achso cool team killt ja da würde ich fast schon sein pech gehabt oder ja schon 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 ich nehme gerade mal die am 94 aber ich glaube nächstes mal zocken wir da ein bisschen mehr action bisschen mehr action ja so team deathmatch oder close quarters hast du mal team deathmatch auf endgame ausprobieren ja eine runde oder zwei runde einmal gezogen hat ist eigentlich auch ganz nice ja kann ich auch absolut empfehlen ja vor allem eigentlich zocken alle meine kollegen immer und immer wieder noscher kanäle das wird langweilig so auf der weine ja eben der mit seinem heli hier oh das ist ja ich bleibe mal hier hinter der wand keine gute idee wenn ihr nochmal mit dem heli runterkommt dann dann äh oh 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 nein böser heli oh und jetzt die verlassen im app oh sauber ich glaube ich nehme von dem hier sein kit wenn der heli nochmal kommt dann äh oh ok dann um bäm ne der heli ist jetzt äh geschichte ne Den hat's umgebämmt quasi Ach so Ah, schau wieder der Da unten kommen die her, genau Oh, was war das denn? Wow Was hat mich denn jetzt gekillt? Oh, das sah nicht gut aus Ich bin irgendwie gestorben einfach Einfach so? Ohne dass ich irgendwen gesehen habe Oder irgendwas Einfach tot Vielleicht war's der Admin Nee, ich glaub nicht Bleib lieber mal Wahrscheinlich wieder so ein typischer Fall Von Badluck oder so Lieb ich ja immer Wenn du auf einmal stirbst und dann steht da Ja, Pech gehabt Ja, das ist auch immer geil Was will mir dieser Satz nur sagen? Ja So im Krieg auch steht dann auf deinem Grabstein Er hatte Pech gehabt Das wär's Boah, wir alle mal rumrennen so wild, ne? Wo ist der? Wo ist er? Rechts von mir Da wo der Mörser von uns ist Ah, der kommt Da ist er, da ist er Da, da Da rechts hinter uns Warte hier, ich hab auch noch einen auf der Karte gesehen Ja, 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 genau Den hab ich, den meinte ich Achso, der rutscht hier runter Ja, lass uns rutschen Hat der Fisch gehabt, ne? Cool Da waren zwei Stück Oh Ich hab auf jeden Fall einen Ja, ich auch Ja, sehr gut Tote Gegner sind gute Gegner, ne? Oh, da waren wir doch zwei Stück Einen hab ich erwischt Die kommen von links jetzt Ja Ja, doch Gurka, okay Oh, da ist jemand bei B Ich geh mal nach B Ah, ich bin hinter dir Ui Äh, kämpft doch hier irgendwo Da, 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 da Ich hab ihn, ich hab ihn Sehr gut Geh weg Pass auf, Granate Oh, alles gut Ich renne einmal einen großen Bogen dann Dann klappt das schon Oh, da geht das LAV Nein Jetzt haben sie A Ah, einen hab ich hier umgehackt Einer ist noch rechts von der Halle Ich komme Jetzt sind zwei da, wo ich gestorben bin Wo ich jetzt wieder lebe Ja, wie hier 55 Mann auf einmal sind Die spawnen jetzt alle da Ja, ja, sind gerade alle gespawnt Weil auf einmal so aus den zwei wurden auf einmal fünf oder sechs Und, geh rein, Mann Ah, das fing so gut an Aber ich meine, die Tickets sind ja eh zu viele Oh Oh nein Einen umgehackt tot Ah, da lebe ich wieder Nein Da ist noch einer direkt am Gebäude Links von den Kisten auf meine Leiche Oh Hat der dich? Ne Bist du gut Bist du gut? Okay Alle tutti Alles klar Guck mal, manchmal sieht das so aus, als ob die nachladen und schießen Ist das irgendwie nur ein Anzeigefehler oder ist das irgendwie ein Bug? Ja Ich schätze mal schon, dass das irgendwie ein Fehler seitens Dice ist Also nur ein Anzeigefehler wahrscheinlich Ja, ja, ja Weil irgendeiner hat mir mal erzählt, das wäre Oh Oh nein, da ist ja nur noch eine Muni drin Da sind doch gerade hier Das wäre halt irgendwie ein Sheet oder sowas Ne, 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 ne Das ist einfach nur so ein Fehler, glaube ich Nur so ein Anzeige-Ding Weil die schießen dann ja auch normal, ne Ja, genau Ist ja nicht so, als würden die dann irgendwie Oh Lettung naht Mein Gott Überleb die doch mal schnell wieder Oh, oh Oh nein Oh nein, oh nein, oh nein Okay, einen konnte ich noch umhacken Alter, ich hab dich Sehr gut Habs überlebt Ja, hey Der Heli Boah, ist das hier hektisch im Moment Nein 48 Hilfe bei Kill Rechts von uns noch unter den Unter der Pipeline Achso, da sind auch noch welche Ja Der, der mich gerade Einer noch, glaube ich Der hat mich gerade Erschießt Nein Boah, Alter Wie ich den nicht getroffen hab Ja, Dito Boah, 0% Nein Boah, sind da viele Tote Ja, ja Einer ist oben Auf der Ja, da sind sogar zwei Oh mein Gott Auf der Pipeline Auf der Pipeline Ja, ja, zwei Stück Musst du mal aufpassen Ich hab bewegt Wahrscheinlich Wie in der Disco Er spielt quasi so den modernen Bewegungsmelder Soll ich gehen mal ein Stück nach rechts hier Ja Da fallen auch so ein paar um Okay, einen hab ich Ja, da ist wieder einer Am Mörser, ganz recht Siehst du den auf der Ah, ja, seh ich Oh, oh Und da kommt ein Boah Guck mal, ob ich den Mörser krieg Na, ich glaub, der ist schon tot Ah, stimmt Oder? Ja Ja Ich hatte irgendwie das Gefühl, der wäre weiter weg Oh nein, ich lieg hier neben dir Oha Oh, oh Wir werden hier einfach durchrasen So durch die Menge Na, ist ihm nur nicht ganz so gelungen Ja, genau Sniper aus der gegnerischen Warte, warte, warte Da bist du wieder Da sind zwei oben auf dem Rohr Ja, ja, genau, das meinte ich Warte, ich geh doch mal hoch hier Achso, die Sniper meintest du? Ja, ja, genau, die meinte ich Ah Ich werd hier aber auch selbst angeschneipert Komm, Kamikaze Oh, da sind welche unter an sich gerade Ich kann nicht die beste Idee, da hoch zu gehen Einen hab ich umgehackt Einer ist bei B Nein Noch mehr Leute Oh, der gehört zu uns Auf der Map ist übrigens das Wie heißt das gleich nochmal? Das Urban Pattern Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir heißt Das heißt? Dieses Camo Achso Diese Soldatenkluft da Das heißt bei mir auch Urban Pattern Ist eigentlich ganz gut auf der Map Also ist nicht ganz so von Vorteil, wenn auf der Map dann Was anderes anders Kurz mal wen erschießen hier Ja, wenn du dann hier irgendwie schon mit Schwarz rumläufst oder so Weil da bist du ja Ne? Bisschen Bisschen auffällig Ja, genau Auffällig wäre das Wort Siehst du ein Munitionspaket? Ja, warte Also nicht wirklich, aber ich hab gleich eins Warte, ich muss mal Wo ist denn hier der Typ? Oh, da kommt einer rein Nein Oh Wie ich mit den Defis hinter den Herr bin Ich hab halt Ich hab halt 13 Minuten oder so Versucht, das Kit von den Supporters zu finden Damit ich Mal hier Achso, ein Muni geben konntest Tradition legen kann, ja, ja Aber liegt jetzt hier auch Und ich krieg schon Punkte So lobe ich mir das Ich bin das auch irgendwie ein anderer Ja, Dito Was hab ich denn hier Zu viele Kids hier Was soll ich denn mit Claymore? Jetzt liegen hier halt drei Armoboxen rum Auch nicht schlecht Voll geil, wie die Sonne einfach nur blendet, ne? Ja Oh oh, L.E.V. kommt schon wieder nach B Aber noch halten wir uns eigentlich ganz gut, ne? Boah, Mist, das ist jetzt eine andere Waffe, Mann Komm, fahr weiter Wow Nein Irgendwie schießt du auf mich Nein Ach, den wollte ich gerade erschießen Und dann kam dieser beschissene Panzer Ne, der Assrad Egal, aber sie hat trotzdem lange genug gehalten Schon Und ob blöd, dass jetzt wieder 165 da sind Mano Das kann etwas dauern Das sieht so ein bisschen aus wie die eine Map im Winter nur Ich komme jetzt nur nicht auf den Namen Wie, was meinst du jetzt genau? Hier die mit den, mit der Fabrik Gab's doch schon mal so eine ähnliche Map Mit Erobern, so So, hör mal Aber nicht bei Belfield 3 Oder schon bei Belfield 3 Ja, doch Ja, gibst du dieses, äh, Alborz Mountain oder so Irgendwas mit Gebirge heißt das, glaub ich, im Deutschen Ach so, ja Die Armut Kill Map meinst du, oder? Ja, genau Mhm Alborz Gebirge oder sowas Oh, keine gute Idee Die Map hab ich schon im Rush gespielt Da gibt's jetzt hier einmal L.E.V. wieder Und Tank Oh mein Gott Und der Heli Ach ne, das ist die Waffe, die ich immer hab Mein Gott, bin ich blöd Hä? Ich dachte gerade, ich hätte eine andere Waffe in der Hand Aber das war genau die, die ich sonst auch immer hab Egal So, ich lauf jetzt mal hier zum Berg und setz mich im Gebüsch Oh oh Links von uns irgendwie einer Oh Gebüsch ist nicht schlecht schon mal Haha Ich lieg da irgendwo neben dir Okay Ah, hat die auch bekommen? Ja, zum Thema Gebüsch Aber ich konnte zwei weg hatten Haha Ja, dann erstmal hier Ich komm mal zu dir rein so Ich komm mal zuerst Ich komm mal zuerst